Ich denke, die wichtigsten Spiele bei Benfica sind immer gegen Porto. Wir haben zwei Mal gewonnen, in der Super Cup und auch in der Liga. Und morgen ist es nicht die letzte Entscheidung, aber ich weiß, was du sagst. Wir haben auch große Ambitionen in der Champions League. Wir wollen in der Champions League bleiben. Wir haben das Team in der letzten Saison ein sehr viel effort gemacht, um die Liga zu gewinnen und für die Champions League zu gewinnen. Wir wollen jetzt in der Champions League bleiben. Wir wollen jetzt in der Champions League bleiben. Es ist die größte Champions League in der Champions League. Deshalb ist es sehr wichtig für uns, für unsere Motivation und für unsere Patientin, um auf diesem Level zu spielen. Deshalb werden wir morgen alles investieren, wie ich gesagt habe, um das Spiel zu gewinnen und um eine neue Situation in der Gruppe zu gewinnen. Ich bin sehr glücklich, dass alle heute in der Training waren. Angel, Alex Bahr und Orkun. Das sind gute Nachrichten. Jetzt muss ich mit den Spielern und dem Medikament schauen, wie wir die Situation für morgen gestalten. Auf der einen Seite wollen wir keine Risiken nehmen. Das ist sehr klar. Aber auf der anderen Seite ist es ein sehr wichtiges Spiel. Wir müssen auch arbeiten, bis morgen zu schaffen, bis morgen zu schaffen, wir müssen eine kleine Chance für sie in der Gruppe zu haben. Es ist nicht wichtig, vielleicht von Anfang an oder auf der Bühne. Also, jetzt nicht 100% zu garantieren, wenn die Spieler fit sind, aber wir arbeiten noch immer noch. Es ist eine große Herausforderung. Es ist ein Spiel, das ist ein Spiel, das ist ein Spiel, das ist ein Spiel. Wir sind noch nicht so, in den ganzen Bereichen. Aber ich weiß, das ist ein Spiel, das ist ein Spiel. Und morgen ist es ein Spiel für den Benfica. Es ist ein Spiel für den Benfica. Das ist ein Spiel. Das ist eine Frage sehr interessant. Wir schauen uns an, wie gesagt, wir haben uns weniger golen. Aber es ist etwas, das ist sehr, wir versuchen, wir versuchen, zu verbessern. Wir wissen, dass wir noch viel verbessern. Das ist ein Spiel, das ist ein Spiel, das wir immer noch arbeiten, und wir versuchen, diese Situation zu verleten. Wir wissen,